Abwalt dich, Mann! Du hast das Gesicht geklappt. Also mit den Diensten nicht so hoch. Du bist zu lang da mit der langen Peitsch, du hast keine Schau. Ich bin getrocknend, keine Angst. Das ist ja Wahnsinn, du fühlst zu lang. So lange du dich noch so einhändig so weich händisch gehalten hast, war alles noch okay. Aber jetzt... Jetzt ist das noch viel länger als meine Hände. Du, jetzt musst du hier umlaufen, einmal so. Hallo, hast du Ahnung wie mehr das tut? Ja? Lass mal schlagen. Kann ich. Ah, fuck you! Ah, fuck you! Ah, fuck off! Für dich auch. Ah, fuck! Ganz deiner Meinung. Ah, fuck! Ah, fucking crap! Ah, scheiße! Und da hast du noch von der Hand zugeblockt. Ah, fuck! Da musst du noch mal hatten. Ich kenn das Gefühl, Mo. Ich kenn das Gefühl. Ja! Hast du ja die? Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Hast du fertig in Böden? Von der Böden! Ah! 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 Das ist ein schönes Pause. Bis zum nächsten Mal.